Ungewünschte Glanzstellen auf der Haut entfernen. Darum soll es in diesem Tutorial gehen. Viel Spaß mit dem Video. In dem Bild, das ich für dieses Projekt herausgesucht habe, haben wir im Gesicht zwei auffällige Glanzstellen. Einmal hier oben auf der Stirn und dann einmal hier auf der Nase. Das Bild, das ich hier bearbeite, das ist wie immer verlinkt in der Videobeschreibung und wir wollen jetzt also schauen, wie wir diese Glanzstellen entfernen können. Dazu starten wir so, dass wir in die Ebenen reinschauen, unser Hintergrundbild anwählen und einmal STRG-J drücken, um davon eine Kopie anzufertigen. Diese Kopie wollen wir nutzen, um da unsere Hautstruktur reinzupacken. Die brauchen wir nämlich später und dazu ist jetzt die obere Ebene angewählt. Wir gehen oben links auf Bild, hier auf die Korrekturen und wählen einmal Sättigung verringern aus. Dadurch machen wir daraus ein Schwarz-Weiß-Bild. Jetzt machen wir einen Rechtsklick auf die Schwarz-Weiß-Ebene und wollen diese in ein Smart-Objekt konvertieren. Anschließend können wir oben auf die Filter gehen, hier auf Sonstige Filter und rufen einmal den Hochpassfilter auf. Den Hochpassfilter wollen wir so einstellen, dass die Hautstruktur eben gut erkennbar ist. Ja, wenn wir hier zu hoch gehen, dann sieht das Bild irgendwann komisch aus. Wenn wir zu niedrig gehen, dann ist wenig von der Struktur erkennbar. Deshalb müssen wir hier den richtigen Wert einstellen, je nach Bild natürlich. In diesem Fall passt ein Wert von 8 ziemlich gut und dann drücken wir auf OK. Damit sich das Ganze jetzt wieder auf eine natürliche Art und Weise auswirkt, wollen wir den Mischmodus für die Ebene ändern. Wir rufen also hier die Mischmodi auf und stellen den um auf Ineinander kopieren. Hier haben wir Ineinander kopieren und dann kriegen wir wieder ein natürliches Bild. Momentan wirkt sich diese Ebene einfach wie eine Nachschärfung für unser Bild aus. Das sieht man vielleicht hier, wenn ich das aus- und einblende. Da drin befindet sich jetzt einfach unsere Hautstruktur und wir werden gleich sehen, wie wir die sinnvoll weiterverwenden werden. Denn wir haben natürlich nicht vorgehabt, einfach das Bild nachzuschärfen. Unser nächster Schritt ist jetzt, dass wir diese weißen Glanzstellen hier auf der Haut, dass wir die ganz einfach mit Hauttönen übermalen wollen. Und das machen wir auf folgende Art und Weise. Wir schauen wieder in die Ebenen rein, wir wählen unser Hintergrundbild an und drücken einmal auf das Plus, um eine neue Ebene hinzuzufügen und diese neue Ebene sollte sich jetzt in der Mitte befinden. Und bevor wir diese Ebene jetzt bemalen, stellen wir das Ganze so ein, dass sich die Hautstruktur nur auf die Bereiche auswirkt, in denen wir jetzt gleich malen werden. Das heißt, wir bewegen uns zwischen diese zwei Ebenen hier, halten die Alt-Taste gedrückt und bestätigen dann mit der linken Maustaste hier die Schnittmaske. Dadurch wirkt sich jetzt unsere erstellte Hautstruktur nur noch auf unsere gleich bemalten Bereiche aus. Wir befinden uns jetzt in unserer leeren Ebene, die ist angewählt. Und wir nehmen jetzt links unser Pinselwerkzeug, um mit dem jetzt Bereiche übermalen zu können. Dazu zoome ich mal hier ein bisschen an die Stirn heran. Wir müssen natürlich den Pinsel passend einstellen. Das heißt, oben links können wir den mal relativ weich machen. Wir können die Pinselgröße anpassen. Das können wir alternativ auch so machen, dass wir die Alt-Taste gedrückt halten, rechte Maustaste gedrückt halten und die Maus nach rechts oder links bewegen, um die Größe hier gleich passend einzustellen. Außerdem brauchen wir natürlich den richtigen Farbton. Auch hierzu halten wir einfach die Alt-Taste gedrückt, um zu der Pipette zu wechseln. Und indem wir dann noch die linke Maustaste gedrückt halten, können wir uns hier einen passenden Farbton auswählen, mit dem wir dann die hellen Bereiche übermalen wollen. Wenn wir loslassen, dann wird die Farbe übernommen. Das sehen wir auch hier im Farbwähler, dass wir jetzt diese Farbe übernommen haben. Noch ein letzter Vorbereitungsschritt. Wir wollen nicht mit voller Deckkraft arbeiten. Deshalb können wir die Deckkraft für diese Ebene direkt beschränken, indem wir die hier einfach runternehmen. Ich würde sagen, etwa auf 35 bis 40 Prozent. Das kann man aber auch jederzeit dann noch anpassen. Jetzt bemalen wir also mit unserer Farbe erstmal hier die Glanzstelle auf der Stirn. Das heißt, hier einfach mal drüber pinseln. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Dann gehen wir hier runter zur Nase. Hier wollen wir natürlich erstmal den Pinsel etwas kleiner machen, um hier auch präziser arbeiten zu können. So ungefähr. Und dann empfehle ich euch auch hier nochmal eine neue Farbe zu übernehmen, da die Hautfarbe natürlich an allen Bereichen im Gesicht einfach auch ein bisschen unterschiedlich aussieht. Und dann bemalen wir eben diese Stellen mit der Farbe einmal hier. Dann übernehme ich mir hier auch nochmal eine neue Farbe. Wie gesagt, immer passend zu der Stelle, an der ich gerade arbeite, auch hier unten an der Nasenspitze, nochmal eine Farbe übernehmen und die Bereiche bepinseln. So, das wäre jetzt also das bisherige Ergebnis. Wir werden das Ganze natürlich noch weiter verfeinern. Aber ihr seht schon, was das bisher für einen Unterschied ausmacht. Wir haben jetzt ein Problem. Nämlich wirkt sich diese Umfärbung jetzt auch auf Bereiche aus, auf die es sich gar nicht auswirken soll. Zum Beispiel, wenn wir hier die Augenbraue mal genauer betrachten, dann sehen wir, dass die auch was von dieser Farbe abbekommen hat. Und das wollen wir jetzt natürlich korrigieren. Das können wir so machen, dass wir einen Doppelklick hier rechts in der bemalten Ebene drauf machen. Also hier doppelt draufklicken. Dadurch öffnen wir die Ebenenstile. Hier unter den Mischoptionen haben wir den Bereich Mischen wenn. Und diesen unteren linken Regler für die dunklen Bereiche, den können wir jetzt nach rechts ziehen, um praktisch die dunklen Bereiche von dieser Umfärbung auszuschließen. Und dann seht ihr auch, wie die Augenbraue langsam wieder ihre originale Farbe zurückerhält. Das heißt, wir nehmen diesen Regler jetzt so hoch, wie wir ihn hochnehmen müssen. Ungefähr so würde ich sagen. Dann halten wir die Alt-Taste gedrückt und greifen den an der rechten Seite, um den aufzutrennen. Und schieben den dann noch so ein bisschen auseinander, um hier so einen weichen Verlauf zu erstellen. Das dürfte schon ganz gut aussehen. Ich bestätige mit OK. Und wenn wir jetzt die Ebene einmal aus- und wieder einblenden, dann sehen wir unser bisheriges Ergebnis. Und dass sich das Ganze eben auch nur noch auf die richtigen Glanzstellen auswirkt, so wie wir das haben wollen. Jetzt wollen wir das Ganze noch weiter nachkorrigieren. Und zwar, indem wir wieder in die Ebenen reinschauen. Wir haben hier unsere bemalte Ebene angewählt. Und wir drücken STRG-J, um die einmal zu duplizieren. Jetzt nehmen wir die untere dieser zwei bemalten Ebenen. Die wählen wir aus. Von dieser können wir jetzt mal die Deckkraft hochnehmen. Einfach mal auf 80 Prozent erstmal. Das können wir gleich noch korrigieren. Und dann sehen wir, dann sieht das natürlich erstmal ziemlich komisch aus hier. Wir wollen jetzt aber dafür sorgen, dass sich von dieser Ebene tatsächlich nur die reine Farbe auf das Bild auswirkt. Dass praktisch die weißen Glanzstellen Hautfarbe erhalten. Dazu können wir wieder die Mischmodi ausklappen zu dieser Ebene und stellen hier den Mischmodus auf Farbe um. Der Mischmodus Farbe, den finden wir hier unten. Der sorgt dafür, dass das, was praktisch vorher weiß war, jetzt die bemalte Hautfarbe erhält. Also wenn wir das jetzt einmal aus- und einblenden, dann seht ihr, dass das Weiß einfach mit den verwendeten Farbtönen umgefärbt wird. Ihr könnt zu dieser Ebene natürlich jetzt noch mit der Deckkraft spielen. Also ob ihr das ganz intensiv auf 100 Prozent oder vielleicht nur so auf 50, 60 Prozent einstellen wollt. Je nachdem. Damit wäre aber tatsächlich das hier jetzt schon unser fertiges Ergebnis. Die Haut sieht jetzt einfach wie so ein bisschen abgepudert aus. Die Glanzstellen haben wir dadurch ordentlich bearbeitet. Wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten und einmal auf das Auge beim Hintergrundbild draufklicken, dann blenden wir dadurch alle anderen Ebenen aus. Sehen hier das Originalbild und hier das Bild, wie es jetzt aussieht. Ein doch sehr deutlich erkennbarer Unterschied. So haben wir die Glanzstellen also wirklich stark überarbeitet und das wäre eben eine Methode, diese ungewollten Glanzstellen loszuwerden. Wie immer hoffe ich, dass alles verständlich erklärt war. Wenn du jetzt noch mehr über Photoshop lernen möchtest, dann schau sehr gerne in die Videobeschreibung, denn da ist mein ausführlicher Komplettkurs verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören in einem meiner nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.